75 Jahre SCL Angendal. Kommt am Sonntag vorbei. 28. November hier in Schoren. Wir feiern uns, der SCL. Unsere ganze SCL-Familie feiern miteinander auf Schoren. Es warten diverse Highlights auf euch. Ab 14.30 Uhr sind wir hier. Patrick Fischer, Nationaltrainer, kommt. Eine von vielen Attraktionen ist der Becher. Von dem gibt es genau 1'946 Stück. Für 2 Franken kann man sie kaufen. Mach ich Gebrauch von dem. Stosset mit uns an. Es warten viele Talkrunder mit interessanten Gästen auf euch. Jeff Campbell, Marc Eichmann und als ganz speziellen Überraschungsgast der Ted Snell aus Kanada. Er weiss viel zu erzählen aus früherer SCL-Zeiten. Seid dabei. Kommt am Sonntag hierher. Prost auf euch und uns zusammen auf Schoren.